Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1340. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Leider müssen wir unsere Diskussion jetzt beenden. Vor der Tür warten noch weitere Bewerber. Leider müssen wir unsere Diskussion jetzt beenden. Vor der Tür warten noch weitere Bewerber. Das ist genau meine Meinung. Du musst es so machen. Das ist genau meine Meinung. Du musst es so machen. Das ist genau meine Meinung. Du musst es so machen. Meine Gymnastikmathe und mein Wasser sind immer griffbereit. Meine Gymnastikmathe und mein Wasser sind immer griffbereit. Meine Gymnastikmathe und mein Wasser sind immer griffbereit. Ich muss erst darüber nachdenken. Ich muss erst darüber nachdenken. Ich kann mich nicht so schnell entscheiden. Ich muss erst darüber nachdenken. Ich kann mich nicht so schnell entscheiden. Ich muss erst darüber nachdenken. Wo ist die Katze? Sie sitzt in ihrem Körbchen. Wo ist die Katze? Ein asiatischer Elefant hat kleinere Ohren als ein afrikanischer Elefant. Ein asiatischer Elefant hat kleinere Ohren als ein afrikanischer Elefant. Wir konnten das Haus bereits nach wenigen Tagen zu einem guten Preis verkaufen. Wir konnten das Haus bereits nach wenigen Tagen zu einem guten Preis verkaufen. Wir konnten das Haus bereits nach wenigen Tagen zu einem guten Preis verkaufen. Willst du diese Brille mal aufsetzen? Danach kannst du entscheiden, welche Brille du haben möchtest. Willst du diese Brille mal aufsetzen? Danach kannst du entscheiden, welche Brille du haben möchtest. Wie immer verbringen wir beide das Wochenende im Wohnmobil. Wie immer verbringen wir beide das Wochenende im Wohnmobil. Wie immer verbringen wir beide das Wochenende im Wohnmobil. Ich verstehe diese Anleitung nicht. Kannst du mir dabei helfen? Ich verstehe diese Anleitung nicht. Kannst du mir dabei helfen? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Schlüsselübergabe an den neuen Eigentümer erfolgte schneller als erwartet. Die Schlüsselübergabe an den neuen Eigentümer erfolgte schneller als erwartet. Mein Zahnarzt hat mich gebeten, besser auf meine Zähne zu achten. Mein Zahnarzt hat mich gebeten, besser auf meine Zähne zu achten. Genau auf diesen Punkt müssen wir in Zukunft unsere ganze Aufmerksamkeit richten. Genau auf diesen Punkt müssen wir in Zukunft unsere ganze Aufmerksamkeit richten. Wir sind immer zu zweit in der Apotheke. Wir sind immer zu zweit in der Apotheke. So können wir schneller alle Kundenwünsche erfüllen. Ich arbeite gut mit Maria zusammen. Wir ergänzen uns in unseren Fähigkeiten und erzielen gute Ergebnisse. Unter unserer Anleitung entdecken die Kinder gemeinsam das Internet. Irgendwelche neuen Nachrichten von Lea? Was hat sie heute online veröffentlicht? Irgendwelche neuen Nachrichten von Lea? Was hat sie heute online veröffentlicht? Die Hitze macht mich fertig. Ich bin völlig erschöpft. Ich möchte mich bei allen für die Glückwünsche zum 10-jährigen Dienstjubiläum bedanken. Ihre Haare sind gut gepflegt. Nur Bettina gefällt die Farbe nicht besonders. Ihre Haare sind gut gepflegt. Nur Bettina gefällt die Farbe nicht besonders. Ihre Haare sind gut gepflegt. Nur Bettina gefällt die Farbe nicht besonders. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. und gib uns die Farbe nicht besonders. Die Farbe nicht besonders.